Moin Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Do mit mir, DxRbix. So, und da kommt schon gleich was auf uns zugerannt. Äh, ups, falsche Waffe. Hä? Ah. Kommt da noch einer? So? Ah. So. War doch auch einer, oder? Ja, da. So. Und der nächste, bitte. Oh, das sieht man mal arg verdächtig aus hier. Ah. Ah. Dann ist doch irgendwas interessantes, von dem ich wissen sollte. So. Oh! Was ist denn der Amo? Oh. So, wir hätten mal. Uaah. So. Oh, da kommen aber gerade ganz schön viele hin- und hergeportet. Wo ist denn der André jetzt hin? Da war da noch einer. Ist denn schon einer tot? Neue. Ich dachte, da wäre noch einer gewesen. Oh! Ne, die schießen sich irgendwie an das rauf. Oh! 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 Wo ist live? Ich brauche live. Leicht Blutüberströmen sind wir gerade. Leicht ist gut, aber ich glaube, ich finde keinen Medikit in der näheren Umgebung. Okay. Mir scheint aber auch nichts zu sein. Ähm, ja, wie bekomme ich dich jetzt da hoch? Das war nicht nett! Waaah! Schade, hat nicht funktioniert. Nicht so effizient wie das letzte Mal. Ich glaube, diesmal speichere ich nach dieser Stelle ab. Das würde dann weitaus schneller gehen. So. So, gleich geht der Sarka-Faust bitte. Hm, bitte. So. Die hätten wir dann auch. Gehen wir noch gerade da hoch. Gab's da irgendwas? Seekshut ist revealed. Ganz toll. So. Wir haben wir eigentlich. Oh, vier Stück diesmal. Das geht aber noch. Ich wollte ja speichern, stimmt? Und. So. 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 Wie machen wir das jetzt mit denen hier? So. So. Wie machen wir das jetzt mit denen hier? So. Und jetzt? Das ist nicht gerade nett, was der hier gerade macht. Und ich komme auch so nicht mehr raus hier. Wie ich gerade sehe. Also bringt das so nix. Okay. So. 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 Noch irgendwo jemand, der meint, da müsste er auf mich schießen, hauen, was weiß ich was. Ah, jetzt geht's wieder weg, okay. Oh, der hat aber auch schon mal bessere Tage erlebt, genau wie der hier. Holy shit. Okay. Lass mal gerade nochmal zurückgehen und gucken, ob wir da jetzt dann Medikit-mäßig noch was mitschnappen können. Verarsch mich nicht. Geht doch. Okay. Da kann ich nur gucken. Aha. Oh, da habe ich was über Dingst. Ah, nee. Geht gar nicht. Wollte gerade sagen, warum will das hier jetzt eigentlich nicht sterben? Wo habe ich jetzt bitte was aktiviert? Höh? Wo? Hallo? Wo? Ah, blaue Karte. Die habe ich ja noch nicht. Also, es ist gerade bitter hier. Und das ist hier gerade noch bitterer. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. ich brauche wieder Leben das sieht mir nicht so gut aus holi stirbt doch mal so ich schluck auf so nix wie ah verdammt so so nein 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 geh bloß weg vor mir ich lebe schluck 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 Aaaaaaah! Puh! Ich lebe! Was ist die nächste? Was ist das denn? Aaaaaah! Das sind die Fischer, ja? Was ist das denn? Oh! Kacke! Lass mich raus! Ja, der hat unser alter Ego aber gerade ganz schön geguckt, ne? So geht's mir auch gerade. Ah, das tut ja weh! Ich lebe! Okay, wo geht's lang? Er hat irgendwas zu machen? Aua! Das hat sich wehtun! Weil sonst ist ja auch nichts mehr, ne? Ne, ne? Sieht nicht so aus. Moment. Das hat sich irgendwie wieder umgestellt, merke ich gerade. Gott weiß wieso. Ich wüsste nur noch gern, wie ich jetzt noch dort hinten reinkomme, Mensch. Ist ja auch noch was da angezeigt. Hier, da, wo man so schön reingucken kann. Aber da scheint nur Lava zu sein, da können wir dann eh nicht lang. Also haben wir jetzt nur noch die heilige Aufgabe, hier irgendwie, äh, den Ausgang zu finden. Da kommen wir aber so ohne weiteres nicht rein. Wahrscheinlich brauchen wir einen Schalter irgendwie dafür, oder so. Ja, das werden wir rausfinden, aber erst in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin, euer Dexabix. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020